Hey ho Leute, heute haben wir einen Special-Gast dabei, da Andre plötzlich verschwunden ist und man nur noch ein Atmen an dem Mikro gehört hat. Mit dabei ist heute Höppi. Hallöchen! Der Supporter spielt. Und freiwillig. Ich tu mir nochmal Kha'zix Mittag. Ich bin mir immer noch unschlüssig, womit ich anfangen kann. Aber ich schätze gegen Rhyme, weil ich mit dem Elixir anfange. Position for Ambush. Die haben Blitzcrank, du hättest vielleicht hier deinen Mini-Ward hinsetzen. 30 Sekunden. Ich bin jetzt hier unten. Ey, die Biscuit... Die Caitlyn sollte ja nicht so am Rand stehen. Ich kenne Leute, die graben gerne mal über Dragging aus. Wir versuchen es auch jedes Mal. Das ist ein bisschen wild, der Blitzcrank wird ein bisschen nervig. Und der Tit wird unsichtbar sein. Ich ruhe auf jeden Fall nachher Oracle oder Vision Ward. Damit er nicht nervt. Ja. Wir wollen scheinbar nicht hinwerden. Seem so. Dann gehe ich jetzt mal mit Caitlyn fahren. Dann pack ich mal meinen Sekunden, äh Sekündchen Ward dahin. Ja, die kommen gerade aus unserem Jungle. Die haben unseren Red. Die kamen aus unserem Jungle raus. Und wie siehts um das Können eines AD Carries. Ja, kein Last Hütten. Ich beschwär mich nicht. Kein Last Hütten. Immerhin. Jetzt sollte sich Udi am besten Top zeigen. Dann sage ich mal vorhin. Der Bot ist Warded. Der River ist Warded. Das heißt, er kann schon mal nicht da rüber kommen. Er könnte Lane-Gang probieren, wenn die Caitlyn anfangen würde zu pushen. Ah, das ist jetzt ein Problem Und da hat mir der Pot tatsächlich Leben gerettet Oh, fuck that Minion Udi hat schon Level 5 Na gut, der hat 2 Buff 3 Lauf Ernst, auf Level 5 schon? Okay, das ist hart Nice Da hat sich High Risk High Pay Strategie wohl voll ausgezahlt Weißt du, ob die den River gewordet haben? Ja, der River ist gewartet, hab ich gesagt. Wie lang noch? Bis mein Ward ausläuft, also etwas vor meinem. Ungefähr gleichzeitig gewartet. Oh, ich hab ein Last-Hit. Oh, dir Bot. Oh, dir ist Bot. Er war ein Lane-Gank. Mein Ward ist ausgelaufen, ich seh gar nichts mehr. Wahrscheinlich wird er gleich in den zweiten Busch kommen. Ryze hat mittlerweile 13 Last-Hits. Ich hab grad den Blitz in den Tower gezogen. Guck dir mal seine AP an, bitte. Durch einen Coup und einmal in den Tower ziehen. Miese Sache. Consume and adapt. Lauf. Lauf in dein Leben. Lauf in dein Leben. Schade, läuft nicht genau. Lauf in dein Leben. Blitz muss zurückgehen. Den haben wir zu sehr down gepokt. Der hat nämlich grad gegrabt, dann hab ich geflasht und hab ihn in den Tower wieder gezogen. Coole Sache bitte, Graham. Lauf in deinem Leben. Oh, das war's. Den müssen wir jetzt schnell zu holen. Ah, er hat gewartet. Oh, der kriegt jetzt ein Blut. Widerstand. Widerstand. Ich weiß nicht, aber die sind auch gerade weg alle. Aber Twitch ist unsichtbar gegangen. Ah, guck, da ist Blitzcrank, der weggeht. Ah, der, der so, der Name ist ja der Beste. Okay, ha. Hils mal. What? Ultrageil. Ne, lass mal lieber nicht riskieren. Oh, da ist der Twitch wieder. Ich glaub, der wird ein bisschen pushen. Ich geb dir Bescheid, falls wir pushen. Aber... Okay. Das war ich nicht. Nur rauszukommen. Schade. Upsala. Ich hab den Kill bekommen. War gar keine Absicht. Aber ich hab halt meine... Ich hab halt meine Ulti gemacht und der... Der Twitch ist von... Von einer Seite meiner Ulti in die andere reingeflasht. Ja. Hat beide mitgenommen. Das war richtig gut. Was? 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 Ich hab' das! Für euch hier! Yim from Yim Yim Position for ambush Der... der... kannst ja gerne mal runter, komm, guck mal unten Ähm, warte mal kurz, der Gegner auf der Twitch hat 70 Lastsits, die Caitlyn haupt 60 Er merkt schon, dass da ein Skill-Unterschied ist, auf jeden Fall Der Trondle hätte da eigentlich auch mitkommen müssen Ich helfe der Caitlyn so gut ich kann, ey, das ist sowas von nervig teilweise Ich werde dieses Mal Mobility Boots ausprobieren Als K6, bestimmt ganz geil Du Bagger Ich denke Caitlyn hat auch schon mittlerweile einen Kill, der Twitch hat noch keinen Ich glaube, das brauchst du auch nicht kommen Wenn, wenn Zack Tower diven will, NP, aber... Andere Zucker... Dann pushen Ja, ich kann nicht schlecht Wenn ich hier Lastsits hole... Meckart möchte Caitlyn an Was ist doch gelohnt An enemy has been slain Ultra-gelohnt Ultra-gelohnt Bisher... Der Reis ist hinterher... Ja... Er ist jetzt hier... Tower ist er... Sollte eigentlich doch ganz gut laufen... Das hier ist das coolste wie Trash-Tanz hier mit seinen Rumwerfen... Rumschleudern in seiner Laterne... Ey, immer wenn ich meine Dance-Moves machen will, dann... Dann mal kriegst du an, das ist ein Teil nervig Das ist wie Watt's Koffing... In der Watt's man Ich kann nicht mit so weit Porten kommen... Wir haben eh das Problem, dass die Tower fällt... Weil wir jetzt einmal beide weg waren... Weil ich vor Ort's kaufen musste... Und Caitlyn, keine Ahnung, warum mit Full-Life... So ganz knapp konnten wir Deffen... Ich hoffe, dass wir beide locker... Äh... Hätte noch seine Passiv... Pass auf, die kommen... Die kommen... Die kommen... Die kommen... Die kommen... Die kommen... Ich... 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 Wir kommen hinterher... Wir kommen hinterher... Wir fallen... Meinst du, die kriegen dich? Mhm... Wenn der Lee mir jetzt nicht entgegenläuft... Nicht, nein... Ich hab gedacht, die gehen den anderen... Ja... War dumm... War dumm... War dumm... War dumm... Nein! Ja, wir halt schon, der kriegt locker... Ja, Porto ist auch da... Läuft... Ja... Hat er den denn jetzt noch genommen? Ich weiß es ehrlich gesagt, ich hab nicht hingeguckt... Aber ich hab dafür gesorgt, dass die Caitlyn später Carrying kann, die steht jetzt hier 2-0, Trun steht 5-0. Ja, ich bin wieder tierisch oft gestorben. Wie oft denn? Viermal. Ah, ok. Ja, immerhin 6 kills, von daher. Ja. Ich habe ganz knapp überlebt, also Twitch und Dix haben schon Damage raus und Uli zusammen. Ich fand ziemlich viel Sache. Du entkommst mir nicht. Tja, Kha'Zix ist schon eine fiese Sache im One-on-One. Was hast du als erstes hoch gemacht? Auch evolutioniert? Ja klar. Machst du als letztes deine Ulti oder dein W? Ähm, weh. Wahrscheinlich. Obwohl mit Ryze die Ulti wahrscheinlich doch. Mit dem ganzen AOE, den die haben. Ich habe noch keine Boots, ey. Ich habe AE jetzt aber keine Boots. Das wollte ich. Ich mache immer genau das Falsche. Ne, ich hasse das neue Ping-System eigentlich. Ich meine, es ist zwar praktisch und so weiter. Ich meine, es ist zwar praktisch und so weiter mit dem Anzeigen, wo man herkommt und so. Aber, was ich nervig finde, ist, dass alle rumpingen die ganze Zeit. Und du kommst gar... Ja gut, aber es ist besser als SS schreiben oder sonst irgendwas. Ja, ich muss mal warden gehen ein bisschen. Ich habe... Nur drei Wards noch. Ich habe eh gesagt... Ich muss mal jetzt einen Ward hier hin. Warte... Dann könnte man einen Dragon holen. Twitch war da. Ne, die sind zu viel hier. Boah, ich habe alle reingecaged. Wieso... Wieso hat der mich gestunnt? Ich glaube, das war das dümmste, was er machen konnte. Er hat mich gestunnt. Ich glaube, der Blitzcrane kommt mir entgegengerannt. Nee. Jetzt können wir locker... Ich darf hier botten. Okay. Surrender lol. Ja. Das... Dann haben wir wohl mal ein schnelles Game. War wohl... Aber richtig. Und... Ja. Tschüss Höppi und danke dafür. Ja, kein Problem. War lustig. Und euch bis zum nächsten Mal. Ciao.